Ich habe gestern Münster gecheckt. Ich war da zu Besuch und hab geguckt, ob da Shisha-Shops sind mit einem besonderen Tabak. Na, da Shisha natürlich hat die standardmäßigen Dinge, da ist auch nichts da, Shisha oder LKS in Münster, meinte ich. Aber dann war ich bei Frau Shisha Münster auf der Hammerstraße und habe einen Tabak gefunden, der ist von Kamo. Guck mal hier, der Ali hat den Tabak entwickelt, der Besitzer von dem Shisha-Shop und ich habe davon ein Mittelkommen und will ich Ihnen vorstellen, das ist bei uns. Das ist afrikanische Kiwi Limette mit Eis. Vom Schnitt ist der Tabak fein, aber nicht zu fein, das finde ich gut, dann fährt er nicht durch das Loch vom Geruch. Erst die Kiwi, sie ist ein bisschen zu stark, dann die Limette, Eisnote, aber die Kiwi ist stärker. Ich habe die Leute alles schon vorbereitet, heute mit meiner Kaya Pitscher, dann einen Dunkropf, dann den Batata von Kaya, drei Kurren von der Koko. Ich rauch mal vorhin an, und könnt ihr sehen, wie die Rauch erwickelt sind. Ihr könnt auch sehr schön hier sehen, wie der Rauch sich ermittelt. Wie ihr seht, vom Rauch, riesig, massig, optimal. Besser geht nicht. Auch hier eine Shisha könnt ihr schön sehen, richtig schön dicht. Man sieht noch niemals der Zauberraum. Vom Geschmack. So, wie ich anfangs gesagt habe, die Limette, die afrikanische Limette kommt für mich als erstes. Die afrikanische Kiwi kommt als erstes. Dann die Limette, dann Eis. Trotz, dass die Kiwi stärker ist, schmeckt es sehr gut. Und Leute, holt euch den Tabak. Der schickt euch den noch zu. Der kostet 14,90 Euro. 200 Gramm. Tabak ist rauchfertig. Ich zeige euch das noch mal hier, auf dem Schnitt. Alles dran. Super. Ein Top Tabak. Ich rauch jetzt den Kopf zu Ende. Ich danke noch Martin Ali von Frau Shisha Münster, dass er mir den gegeben hat. Das war es auch für mich heute. Und ich grüße noch den Rami, natürlich Frau Shisha Münster, den Ali, der mir den Tabak gegeben hat. Und Facebook-Freunde von mir, YouTube, Instagram. Macht weiter so. Danke. Ciao.